Rote Rosen, Sarah erhält eine niederschmetternde Diagnose. Lüneburg, der Kampf ist eröffnet. Amelie, Lara Isabel Rentink, 35, steigt aus der Partei Lüne Natur aus. Ganz zum Leidwesen von Merle, Anja Franke, 57, wie die Wochenvorschau der ARD-Telenovela Rote Rosen zeigt. Denn nach ihrem vergeblichen Versuch, Amelie davon abzuhalten, geht es jetzt nur noch um Schadensbegrenzung. Zu Merles' großem Schock will die sich aber nicht gänzlich aus der Politik zurückziehen. Sondern verkündet ihre parteiunabhängige Kandidatur zur Oberbürgermeisterwahl. Zur großen Freude von Katrin, Nicole Ernst, 49, ist Franzi, Sophie Juncker, 24, wieder zurück. Doch der Tochter fällt das Wiedersehen mit ihrer Mutter schwer. Bei ihrem Vater Florian, Stefan Plepp, 54, und ihrer Stiefmama Anke, Anne Brentler, 49, sieht es hingegen ganz anders aus. Zu allem Überfluss weiß Katrin nichts davon und ist schwer getroffen, als Franzi erzählt, dass sie bei Florian und Anke übernachten wird. Sarah, Antonia Jungwirth, 30, ist genervt von Simons, Tore Lütje, 29, eifersort. Sie ist bitter enttäuscht, als er sogar so weit geht, Leo, Daniel Hartwig, 43, für das Hotel abzuwerben, nur damit er nicht mehr mit Sarah zusammenarbeitet. Doch sie gibt nicht auf und ist fest entschlossen, Leo in der Klinik zu behalten. Lilly, Lilly und Lülle Röder, Sam, Yajsion Müller, und Joe, Nair Zerriesenai, 12, tanzen Tina, Katja Frenzel, 47, und Ben, Rakin Michael Mezziani, 54, auf den Nase herum. Erst schafft Lilly es, Tina glaubhaft zu versichern, dass sie für die Schule Slime herstellen muss, dann machen es die Kids schließlich alleine. Und das geht gehörig schief. Franzi macht David zur Sau, weil er angeblich mit ihrer minderjährigen Schwester flirtet. Am Dienstag ist Katrin bei Rote Rosen immer noch davon getroffen, dass Franzi nicht bei ihr wohnen will. Mia, Leonie Beuthner, 19, wirft ihre Schwester vor, ihre Mutter damit zu verletzen. Unterdessen bekommt Franzi mit, dass ihre kleine Schwester einen Schwarm im Hotel hat, der mit ihr flirtet. Als sie rauskriegt, dass es sich dabei um David, Arne Rudolf, 32, handelt, fällt sie aus allen Wolken. Unmissverständlich macht Franzi ihm klar, seine Finger von mir zu lassen. Erst als Sarah nachfragt, versteht Leo, wie erst gemeint das Jobangebot von Simon war. Als sie ihn bei einem vermeintlichen Bewerbungsgespräch mit Gunther, Hermann Töcke, 68, und Simon erwischt, bittet sie um Bretters, Jelena Mitschke, 43, Unterstützung. Leo erkennt, dass er jetzt in einer günstigen Verhandlungsposition ist. Amelies Schritt zur unabhängigen Ob-Kandidatur wird von Bretter hinterfragt. Von Gunther wird ihr zudem eine Niederlage prophezeit, weil sie keinerlei Inhalte vorweisen kann. Notgedrungen sucht Amelie nach ihrer politischen Identität und will als Imagemaßnahme Katrins beruflichen Wiedereinstieg finanzieren. Amelie nutzt Katrin für ihre politische Karriere aus. In der Mittwochsfolge der Rote Rosen hat sich die Eifersucht von Simon auf Leo gelegt. Kein Wunder, dass Sarah die neue Harmonie genießt und zufrieden ist, wie ihr Leben gerade läuft. Doch dann folgt der Schock. Von ihrem Arzt erfährt sie, dass sie aufgrund ihrer Krankheit bereits in die Wechseljahre und besser jetzt als nie Kinder bekommen sollte. Franzi ist fassungslos, dass David mit ihrer Schwester Mia flirtet. Er bedeutet allerdings, dass das nicht so ist. Dennoch merkt David, dass Mia an ihn verknallt ist. Sein erneuter Flirtversuch bei Franzi scheitert hingegen. Sie lässt ihn zappeln. Katrin erhält von Amelie finanzielle Hilfe. Sie hat ihr einen Privatkredit angeboten, damit sie ihr Tourismusbüro wieder eröffnen kann. Doch Florian und der eifersichtigen Anke ist das gar nicht recht. Denn Amelie möchte ihre Hilfe natürlich medial für den Wahlkampf nutzen. Louis ist weinerlich und versetzt Tina in Sorge. Doch die Mutter spürt instinktiv, dass er nichts Schlimmes hat. Katrin glaubt, dass der Kleine zahnt. Die junge Mutter nutzt das und gibt mit ihrem Wissen amüsiert vor dem überraschten und beeindruckenden Ben damit an. Rote Rosen läuft immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten.